Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir befinden uns auf dem Toyotama-Teil der Insel und wir reiten jetzt mal hier durch, einfach weil ich sehen will, ob es geht. Wir sind der kopflose Reiter. So, wir gehen mal weiter, bevor der Hesse kommt. Und ja, hier sind überall eben Bäume. Achso, ich habe ganz vergessen, das Pferd springt nicht, es springt von allein. Alles klar, wir wollten zurück zum Mönch. Da bin ich im Kreis gelaufen durch meinen Blödsinn. So, da müssen wir lang, da können wir uns auch mal unser Soh da zurückholen. Wir haben deswegen die wunderbare Numata-Siedlung hier befreit. Achso, das ist zu niedrig. Oh Gott, ey. Bam, ey. Das nenne ich mal einen Pferdesprung. Komm jetzt hier weg. Och, die Kuma, die haben die Jurten niedergebrannt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Eigentlich haben wir sich schon ausgeräumt. Ach, hier sitzt jemand. Bitte, Achtung. Nein. Verdammt. Okay, wir machen was anderes. Ich brauche sämtliche Blumen. Oh, ich renne voll schnell. Irgendwo gab es hier noch mehr Blumen. Da wollte ich nicht weg. Wir sind wahrscheinlich aus dem Geschichtsgebiet rausgerannt werden. Wir müssen nochmal ganz nach vorne. Ja, ich erinnere mich. Hier war es. Okay. Da schimmert da auch was blau. Ne, das ist einfach nur ein Weg. Äh, wie weit sind wir jetzt falsch? Hm. Wir sind einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Ist mir da lang? Hier lang? Wir müssen doch die Siedlung nochmal durch. Ja, okay. Ich muss da ein paar Blumen pflücken gehen. Davon. Oh. Möchte Spaß haben. Mit euch. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal ein Geschenk. Was ist das? Ach, da ist einer. Ich wollte es sehen. Wir haben ja sechs Fertigkeitspunkte. Vielleicht, ne Fertigkeitspunkte. Vielleicht schaffe ich es ja, erstmal in die richtige Richtung zu laufen. Ich ahne. Äh, falsch. Wind, ich verneige mich vor dir. Okay. Das Problem ist, wir können hier nicht querfeldeinrennen, weil... Weil hier überall Wasser ist. Nur Marta-Siedlung. Auch Pferdchen. Ich hoffe, ich war hier überall. Ist alles eingesammelt. Okay. Okay, also ich renne hier mal geradewegs durch. Und dann holen wir uns am Ende der Siedlung wieder unser Pferd. Mal ein bisschen schwimmen hier. Ah, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wo unser Pferd herkommt. Ach, kommt aber von der Hände. Okay. Gut. Kann das sein, dass hier gar keine Wildschweine gibt in diesem Teil? Bambus. Oh, noch mehr Bambus. Willst du uns etwas zeigen? Oh! Gut, das Pferd will wieder nicht weitergehen. Hä? Willst du denn hin? Hier waren wir, wieso noch da? Deswegen muss dieses Vögelchen zeigen. Der flattert doch immer hier rum, der Flattermann. Gab es da eigentlich ein Geschenk für uns? Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, aber Bogenmacherinnen und Rüstungsschmieden. Da, die Rüstungsschmiede. Also entweder das hier, oder das hier. Hm. Richtig, das muss man. Okay. Jetzt haben wir hier vorne noch die Bogenmacherinnen. Gut, äh, ja, wir gucken jetzt mal, ob wir uns was Neues von ihm kaufen können. Er hat das gute Zeug. Er hat auf jeden Fall auch mehr Zeug dabei gehabt. Oh, hier können wir uns zwei kaufen. Schade. Puh, die gibt's neue. So. Gut. Albenholz. Das ist doch mal schön. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal zum Norio. Blume. Blume, 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 Blume. Oh. Wo ist er da gut? Oh, was sind wir hier? Eine Mietzukatz. Ich will eine Mietzukatz streicheln. Oh mein Gott. Eine Mietzukatz. Happy Mietukatz. Hallo. Hallo, du wunderbares Geschöpf. Ich verneige mich vor deiner Ehrfurcht. Hallo. Oh, ich kann nicht, wieso kann ich dich nicht streicheln? Mann, ich will keine Füchse mehr streicheln. Ich will eine Katze streicheln. Voll wie, sieht aus wie eine voll die befestigte Stadt. So, wo ist denn der jetzt hier? Wind. Der Wind, der will leicht nach hier hinten. Ach, da ist er doch. Noriho. Okay. Okay. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so fühle, was ich nicht so fühle, was ich nicht so fühle, was ich nicht so fühle. Das war's für heute. 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 Äh, was? Was that exact? Kann das sein, dass wir schon mal waren? Oh, ich hab doch gar nicht... Was? Ich will mich erst mal umziehen. Ich will doch das hier anziehen, bitte. So. Oh. 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 Oh nein. 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 Ich weiß, dass ich mich für mich befrierte. Ich habe mich für alle, um mich zu retten. Warum hast du dich vor? Ich weiß nicht, dass ich auch nicht. Aber ich werde zurück nach der Szenen zurückgezogen. Für mich ist das für die Schmerzen? Was für die Schmerzen des Schmerzen? Was für die Schmerzen des Schmerzen? Was ist das für die Schmerzen? Was für die Schmerzen? Drei Taten, drei Illusionen. Okay. Talisman der Lebenskraft. Geschenke, wir bekommen Geschenke. Aber wir wollen natürlich erst mal hingucken, was hier abgeht. Aufzeichnung aktualisiert. Wie gesagt, glaube ich, wir waren hier schon mal. Tja, hier gibt es nichts für uns. Da vorne der Fuchs war. Waren wir bei dem schon? Läuft der? Läuft der auf uns zu? Hier geht es weiter. Geister im Nebel. Norio und ich haben seinen freunden Mönch aus der... Okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt doch mal... Warte mal. Könnte auch hier die Legende machen. Gousacus Rüstung. Oh Gott, unbesiegbar. Da oben bestimmt, oder? Nee. Doch nicht. Oh, Blümchen. Blümchen. Okay. Ich will laufen. Ich meine, es ist dunkel. Akashima? So. Wie standen der da so alleine? War ein bisschen seltsam. Wie bist denn du? Papa, was ist mit ihm los? Hier waren wir noch gar nicht. Kreis, okay. Wo ist man hier? Oh, Kunai. Oh, da drüben ist man da? Oh, Kunai. Ah. Okay. Wir setzen uns mal hier ans Feuerchen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.